Dieser günstige und toll ausgestattete Ford Fiesta Trend könnte schon bald vor ihrer Tür stehen. Wir freuen uns über Ihren Besuch im Auto aus Wismar. Der Motor erfüllt die neuesten Abgas- und Umweltvorschriften. Damit sind günstige Steuer- und grüne Plakette garantiert. Die großen und anklappbaren Außenspiegel bieten beste Übersicht. Fünf Türen erlauben einen bequemen Einstieg, auch hinten. Hier finden übrigens bequem drei Passagiere Platz. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Die beheizten Fordersitze bieten viel Komfort und eine hohe Sitzposition. Fußmatten gibt es bei uns dazu. Das umfangreiche Sicherheitspaket in diesem Fiesta schützt Sie rundum mit ABS, ESP, Airbags, Nebellampen vorne und der heizbaren Frontscheibe. Die Klimaanlage mit Pollenfilter sorgt für Wohlbehagen. Zum CD-Radio gibt es auch eine Bluetooth-Freisprechanlage vom Typ Sync. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis. Auch telefonisch. Diesen schicken Fünftürer Ford Fiesta Trend und seine umfangreichen Ausstattung. Wenn Sie viel Spaß haben. Und damit nichts passiert unterwegs, hat der Wagen zwei Jahre Garantie. Auf Wunsch gerne verlängerbar. Schauen Sie doch mal rein und fahren Sie einfach Probe. Das Team von Wismar freut sich auf Sie. Besuchen Sie uns auch Samstags bis 17.30 Uhr. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten oder Ihr neues Auto gleich mitnehmen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen. Oh, gut, dass sie schon anrufen. Oh, muss ich sehr noch? Untertitelung des ZDF, 2020